Ich habe das gesamte Stadion alles gezeigt, was wir dir verdient haben. Dieses Stand, jeden Stand, den du bei uns hast. Den erzlichen Schein der Tore von Pasir Guggenold durch acht Jahre Leidenschaft erholen. Die Tore und das Siegel auswärts verhauten. Ich glaube, lange Rede kommt für den Lars, wir können einfach nur Danke sagen. Danke für acht Jahre, du hast alles reingekommen, alles aufwärts. Ich will heute ein paar Morte lässt, deswegen einen Moment nur mit dem Lars. Es ist wirklich schwierig, meine Emotionen, meine Gefühle in Worte zu fassen oder die richtigen Worte zu finden. Ich kann sagen, ich bin unglaublich dankbar für das, was ich hier erlebt habe, für die guten, für die schlechten Momente, für alle Emotionen. Ich bin unfassbar dankbar den Leuten, die hier auf die Idee kamen, mich dazuzunehmen. Ich bin unfassbar dankbar bei den Jungs. Du kannst es auf dem Team, weil alleine kannst du solche Momente und solche Erfolge gar nicht feiern. Danke meinen Freunden, Familie, die heute hier sind, meiner Frau und meiner Kinder, die ihre Brücken feiern, dass ich meinen Traum leben darf und einen ganz, ganz großen Teil, und das macht den Fußball auch. Applaus Jungs Vielen Dank. Ich hatte geliebt, vielleicht auswärts zu reichen, international zu reichen, aber die Momente, die wir erlebt sind, die Emotionen von uns aus, das Drumherum, das was ihr alles dazu bringt, ich war wirklich unfassbar lachend bei jedem einzelnen, der zeichengleitende Teil zu den acht Jahren beigetragen hat. Vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt, stand jetzt, kein Spieler mehr von Borussia Mönchengladbach, sondern ab heute bis zum Lebensende einfach nur noch ein riesiger Film. Applaus 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 Applaus